jo leute willkommen zurück zu just cause 3 und ich wollte sagen machen wir weiter weg dort genau du bist sowieso und du dich über alle über ramme ich jetzt oder ich ramme dich oder so ja so ist besser okay dann roll noch zehn mal weiter ja das war eine schöne explosion und wie lange dort noch nach noch ein langer weg ich sag mal eins ups ups das tut mir sehr leid so das tat mir sehr seit wann habe ich ein boot zerstört oder waren das die rebellen so ihr hättet nicht gedacht dass ich jetzt mit dem patzer komme oder guten tag du hattest noch mal glück gehabt hier kann ich schön ausweichen angreifen kein problem genau meine rede ups rundtank okay explodier explodier ich habe nichts gemacht mein herr überhaupt nichts so hey okay da kommt keiner mehr mannhaft zu schreien so dann geht es weiter und zwar so die trotter merken nicht mal dass hier ein panzer steht also warum dort ein panzer steht ups erstmal kurz umsehen ist hier jemand von dem gegner nein ich kann wieder leise agieren und nur nicht runterfahren das wäre verheerend für mich besser gesagt für uns und noch mal okay kurz mal rückwärts fahren so sicherheit wow 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 und kurze zeit warten okay hier ist niemand dann kann ich auch hier schießen oh yeah genau so noch einmal hier getroffen ich habe das gefühl da hinten ist noch was so noch einmal hier bitte und oh yeah okay dann fahre ich mal ein bisschen wieder runter so als ob nichts gewesen ist war ich mal weiter hier ist ein gerichter panzer ne also ich darf weiterfahren wir wissen ja nicht mal wer da drin ist das könnte ärger geben ich liebe ärger aber hier ist doch niemand mehr oh doch klar ja ist doch mein panzer schön geparkt aber hat nichts geholfen so außer sicht weiter ähm oh nein so kampfgebiet so jetzt bin ich dabei so jetzt geht hier ein bisschen die action ab mir egal verstanden hier kann kein fahrzeug mehr benutzen und du auch nicht und du auch nicht versteh doch ich tue es nur für eure sicherheit nicht und ha so gut tag ähm stopp mal was ist hier nur aus reiner neugier will ich hier weiterfahren wow cool nur wegen einer rampe so dann fahren wir weiter obwohl im moment hier kann ich ja kann ich ja weiter schießen haha so aus den weiten weiten wegsnipern moment oh mist wo ist ich doch so dann bräuchte ich mal ein bisschen hilfe und zwar mit den schnachtschiffen nein wie kann es sein dass hier ein helikopter ist in einer höhle oh yeah so so zerstört wie kann es sein dass so oh ich elegant er nicht aber ich kann den zweiten fahrzeug nehmen kein kein äh äh panzer aber oder ne ich nehme mir das hier es gepanzert so moment geronimo sag ich nur ging schon besser und tag so guten tag hä achso ja habe auch zu sehen r1 gedrückt anstatt r2 ähm explodieren ähm besseren planen nein mein fahrzeug weg weg boah das war knapp so guck mir mal weiter an äh ich bin hierhin sagen wir nicht ich muss hier hoch ne ich muss dorthin so natürlich gehe ich dort weiter oh man so weil der sniper mich nervt sag ich schon mal schützsniper und kippt er um ja so explodiert und sicherungsanlage komm schon unterstützung kommt tricot willst du das empfangskomitee sein ja moment ich muss hier noch was machen oh yeah tschüss sage schon mal und jetzt nehme ich den revolver oh yeah ja guten tag weißt du was ich nehme gleich was viel besseres und zwar ein minigarm wo warst du mein ganzes leben ach rico so ich habe einen besseren plan so das hier diese waffe werden wir werden wir hierhin steppen oh wow das funktioniert nicht egal oh yeah ja so komm mal her so ihr seid sowieso alle dran ok ok baby ich muss dich erstmal verlassen kurz aber ich komme wieder und zwar gleich wenn ich vom hinterhalt komme und erstmal das zerstört haben das verstärkung kommt ist der weg frei welche verstärkung oh ich liebe euch kinders oh yeah moment klar komme ich so so na meine lieblinge oh mist hoch so hoch mit euch weiter weiter gehen kein ausreden ihr kommt jetzt mit hallo ich brauche Hilfe ok ganz schön nervig äh hier sind ganz schön viele Sachen obwohl da unten genau hier ich habe es mir schon markiert irgendwo dort hinten ouch ok noch einmal so ja gefunden vielen dank so noch weiter angucken wo ah ok hier könnte was sein vielleicht könnte ich mir ein bisschen munition klauen transformer ein transformator entschuldigung ähm ich komme ab ich stehe gerade zu weit in der mitte und ich möchte nicht im mittelpunkt stehen so die nächsten bitte die nächsten sind hier so 400 meter unten das heißt wenn da steht 400 meter bin ich schon dort ok ich habe es äh gefunden wow ein schöner ausreichsmanöver wirklich sehr schön hätt ihr nicht gedacht dass ich das schaffe naja wir haben ja wir spielen ja ein bisschen länger ganz kurz schon so eigentlich müsste die explodieren schön jetzt würde ich sagen schnell wieder weg wow ich möchte ja kein selbstmord begehen also würde ich sagen da sind ja noch ein paar sachen noch einmal so moment gefunden ich bin gerade ganz woanders das ist mir rechtlich egal wo ich eigentlich bin hauptsache ich zerstört er hatte keine chance wow ouch und ich würde sagen mit hyper speed schnell dorthin jetzt gehe ich gerade ganz woanders ist mir rechtlich egal oh moment mal habe ich gerade was schönes gesehen nein nur ein boot was ich gleich zerstören werde ähm dankeschön schön gemacht äh lieber doch offen lassen für meine marinen kinder so guten tag ich hätte gerne eine genate dort oder so moment na erstmal waffen hingehen nee warte mal oder doch oh 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 diese revolver möchte ich nicht mehr denn die sind langsam so geschafft jetzt raus hier ja militärbasis befreit und oh wir haben jetzt dieses boot freigeschaltet schön haha 4 ansiedlungen von 3 ähm moment von 3 dann heißt es hier noch eine moment 3 haben die gesagt fehlen noch ok da haben wir wo könnte der eine sein ich glaube hier ist eins nur so ein Gefühl hm dann kann ich dort eine schnellreise machen nee warte mal so das ist jetzt meine sache hier so neutral jetzt kann ich jetzt eine schnellreise machen nö moment dann hole ich mir schnell mal was wegpunkt setzen bitte komm so da muss ich da hoch irgendwie irgendwo wie auch immer oh hier ist ein höllenausgang oder hallo bürger wir mussten kürzlich porto da sena dem tieren dem dem demon demontieren oh ouch über den grund darf ich nicht sprechen aber glaubt mir er ist wichtig so viel zerstörung aber alles für das gemein gemeinwohl für die wahrung des status quo einer stabilen und starken nation viva medici hm also ich glaube der weiß selber nicht bescheid also eigentlich schon aber ihr wisst wohl was ich meine ihr wisst wohl was ich meine und lkw naja hauptsache irgendein wagen alter der braucht lang der hat aber eine lange verzögerung bis er nicht mal fährt egal einfach weiterfahren ich dachte schon ist kaputt jetzt nein 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 kaputt hm ok das war das unrealistische ding was ich je gesehen habe jetzt raus waren 1,5 kilometer 1,6 oh man wir entfernen uns ja stopp man ich hab noch ganze dann drücke ich die handbremse ich war lieber einen anderen wagen du musst mir ein bisschen du brauchst ein bisschen zu lange und bist überhaupt nicht schnell ich brauche einen wagen mit geschwindigkeit zum beispiel so eins so ja das ist ein ganz schneller viel schneller als der da gerade eben oh yeah so guten tag ey was sollte das denn gerade eben einfach durchfahren wow wow so ein komische keine ahnung wie man das nennt hat uns den und das können wir bewegen mhm ja sinn so moment ach komm gut dann öffnen wir das mal schnell hab ich wohl vergessen so Moment gradiatol jep wir sind gleich schon da boah war das knapp und gleich driften würde ich sagen okay ich bin schon da irgendwie so das irgendein grund bin ich schon da klar mache ich dafür muss ich runter gucken tschüss 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 ähm ben gerettet okay alles klar ich muss da hoch wie scheint Oh, yeah. So. So, holt mal Verstärkung. Ich sollte schnell wieder weggehen. Okay. Oh, yeah. Okay, es leckt ein bisschen. Verstärkung ist schon unterwegs. Zielperson eliminieren. Oh, man ist wirklich sehr. Und es explodiert auch hier sehr viel. Okay, Moment. So. Ey, das ist unfair. Du hast sogar einen Panzer. Und ich sollte wieder weggehen. Und sagt, Panzer? Die merken nicht mal, dass ich über den bin. So, ähm. Panzer. Panzer. Dankeschön. Und der zweite Panzer. Ach, weißt du was? Das interessiert mich nicht, was du machst. Ich erledige erst mal die anderen. So. Denn dann habe ich einen zweiten Panzer. Okay. So. Panzer Nummer zwei. Den nehme ich mal mit. So, guten Tag. Ach, komm. Und wo? Ein verdammter Heli. Oh, yeah. Und wo noch? Wow. Das war knapp. Wegfahren. Nichts. Verstanden. Ich lasse es nicht zu. Ja, ich muss einfach nur durchfahren. Wie ist euer Status? Bitte komm. Nichts ist los. Nichts ist passiert, Kronk. So. Hier ist auch niemand mehr. Also haben wir so gut wie gewonnen eigentlich. Aber ich muss noch was machen. Besser gesagt. Das hier zerstören. Geschafft. So. Fünf von sieben ansieht unbefreit. Dann bestimmt noch einmal hierhin. Und da haben wir es geschafft. Was ist da draußen los? Nichts ist los, Kronk. Warum antwortet niemand? Weil alle tot sind, mein Freund. So. Dann... Oh, was ist das für ein schöner Mond? Oh, Blutmond. Hm. Interessant. Ach. Meine lieben Kinders. Ich bin sowas von bereit. Ja, das bist du, Rico. Ja, das bist du. Jetzt könnt ihr auch weiterfahren. Ich leihne mir auch mal den Panzer aus. Warum nicht? Sag mir nicht. Ich muss da wieder runterfahren. Oh, ich übereich ja noch nicht. Was ist da draußen los? Meldet euch gefälligst. Oh nein. Die wollen jetzt wieder mal das hier einnehmen. Also wieder angreifen. Meine Rebellen. So. Einfach einfach rollen lassen. Den Panzer. Ja, das ist ganz schön steil, finde ich. Und jetzt ein bisschen mit mehr Schub so und jetzt einfach rollen lassen. Ich hab' mir im Weg. Ähm. Wo sind die zwei Fahrzeuge hin? Schub, hatten die Angst? Das soll dich vielleicht lieber lassen. Warum das denn? Ist doch toll. Moment mal. Ich höre doch hier was. Aber ich weiß nicht, wo der andere ist. Und wie sie der Obrigkeit. Ah. Wusste ich doch, dass hier was ist. Moment. Wie groß ist das? Ah, okay. Ruhig, 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 ruhig. Ruhig. Du stehst mir im Weg. Ah, du willst wohl sterben. Er fährt einfach, wo mein Lauf ist. Puh, Glück gehabt. So, ich fahr mal hier rein. Genau. Das Ziel ist immer noch da draußen. Lauf genau, wo ich hinfahre. Ja, komm mal her. Unterstützung ist unterwegs und müsste in Kürze bei euch sein. Ähm, Kronkh. Wir schicken Boote. Wir haben es schon geschafft. So, Hessen. Dankeschön. Wir haben gewonnen. Ja, Mann. Und? Noch eine. Dorf befreit. So, jetzt muss ich wieder hier hin. Und dann würden wir auch hinfahren. 3,5 Kilometer. Ich würde sagen, da fliegen wir hin. Kann ich irgendwo schnell reisen? Boah. Wenn hier ein Flugzeug ist, dann ist es auch gut so. Könnte auch ein Helikopter da sein. Und dann können wir auch schnell dorthin fliegen. Und das ist ja eh in der Nähe. Also, Moment. 3,4 Kilometer oder 3,3. Gucken wir gleich, wie viel Kilometer es jetzt gleich ist. So. Und? Dankeschön. Ich möchte gerne... Ich dachte, hier gibt es ein Flugzeug. Ah, wie die mich verarschen hier. Mensch. Ach, egal. 2,5 Kilometer ist auch noch gut. Aber ein Helikopter wäre wohl am besten. So. Moment mal. Kampfhubschrauber. Geschwindigkeit. Leistung. Zwei Raketentypen. Sofort am fordern. Mit Raketen wäre es am besten. So. Dankeschön. Dann werden wir uns auf den Weg dort machen. Ach, komm. Ich dachte schon. Schwere Rakete und Raketen. Und wie schnell das geht. Sogar mit Nitro. Leute. Sogar mit Nitro. Für mich, dass mein Herz erfreut. So. Leider können wir ja nicht springen. Das wäre ja... ...gann schön dumm. Okay, Moment. Und wenn da dieses Sperrgebiet-Zeichen steht... ...dann... ...hören wir auf. Okay. Leute, wie es dann weitergeht... ...das erfahren wir beim nächsten Mal. Also Leute, bis dann. Tschüss.